Tag auch! Willkommen zum Q&A zu der Folge, was Anarchismus alles nicht ist. In der letzten Folge haben wir euch ein bisschen dargestellt, was wir denken, was alles für Sachen sind, die dem Anarchismus häufig zugerechnet werden, aber wenn man mal ganz ehrlich ist, eigentlich gar nichts damit zu tun haben. Wir haben über Nationalanarchisten, wir haben über NCAPs gesprochen, über Chaos, das damit verbunden wird, einfach nur so eine stumpfe Anti-Staathaltung und natürlich auch der ganze Anomie, also generelle Ordnungslosigkeit und Anarchie, Punkt. Genau, wir sind heute so ein bisschen durch. Joshua hat seit längerer Zeit mal wieder richtig gesoffen und dadurch muss ich auch noch wach bleiben. Ich bin ganz fit dafür, so erst um 11 Uhr morgens schlafen zu gehen geht doch. Ja und generell heute irgendwie nicht so einen guten Tag erwischt, aber dafür haben wir eine schöne Neuigkeit für euch und zwar wird das Q&A ein bisschen aufgewertet, jetzt und in Zukunft. Und zwar haben wir von einer Hörerin oder Hörer, ich weiß es gerade gar nicht genau, haben wir eine Idee bekommen, dass wir doch immer bei den Q&A zu dem jeweiligen Thema eine Anekdote oder zwei Anekdoten erzählen und das werden wir auch machen und damit starten wir jetzt zuerst auch mit einer Anekdote zu dem aktuellen Thema von uns, mit diesem tollen neuen Einspieler. Trommelwirbel. Und jetzt kommt die Anekdote der Woche. So und dann starten wir mal direkt mit der Anekdote. Erzähl du doch mal erstmal deine, Marian, was du da Schönes erlebt hast. Ja, also ich würde was zu Anarchokapitalismus erzählen, wie schon in der Folge erwähnt, existiert diese Strömung ja eigentlich nicht wirklich in der außerhalb der Internetrealität und ich habe tatsächlich ein einziges Mal mitbekommen, dass ich irgendwie auf Leute aus diesem Spektrum getroffen bin. Und zwar war das bei der libertären 1. Mai-Demonstration in Bonn vor 1500 Jahren, keine Ahnung wann genau. Das ist eben eine explizit anarchistische Demonstration, aber die haben sich anscheinend da, in Bonn gibt es irgendwie so zwei, drei Leute davon, da gab es vor was weiß ich wie viele Jahren, die haben sich eben dann davon angesprochen für gefühlt von diesem Libertär-Dings, weil die das ja auch für sich so benutzen. Kamen dann eben dahin mit schwarz-gelben Schildern, mit irgendwelchen Sprüchen, ich weiß schon gar nicht mehr, was drauf stand und wollten eben daran teilnehmen. Wurde dann sehr souverän darauf reagiert, vom Lautsprecherwagen aus, dass dann eben gesagt wurde, was das eben für Leute sind und dass man damit ja nichts zu tun haben will, dass es eben keine anarchistische Geschichte sei und dass die Leute halt ihre Schilder wegtun sollen und dann irgendwie können die halt irgendwie auch sich hinten anschließen meinetwegen oder was auch immer machen. Ich glaube, es lief dann darauf hinaus, dass sie in ziemlich großem Abstand hinter der Demo, also dann die Demo kam, dann waren die Bullen und dann waren diese drei Leute mit ihren Schildern nicht mehr irgendwie hinterher. Ja, das soweit dazu. Aber durchhalte Vermögen dann trotzdem noch dabei zu bleiben. Ich glaube, meine Anekdote ist so ein bisschen einfach allgemeiner zu dem Ganzen, was für Leute sich alles auch selber mit dem Anarchismus-Label bezeichnen, ohne wirklich was damit zu tun zu haben. Und das ist, glaube ich, für Maren und mich einfach so eine sehr direkte und lokale Story gewesen, und zwar um einen Wapper, der sich in unserem anarchistischen Umfeld aufgehalten hat. Doch, das muss nämlich auch eigentlich noch auf die Liste zu politischen Wappen. So Leute, ich kriege jetzt nochmal so eine kleine Erweiterung der Liste, die wir letztens gepostet haben. Naja, und auf jeden Fall, diese Person ist irgendwie über das anarchistische Parkfest, was wir, glaube ich, 2019 ausgerichtet haben, in unsere Strukturen reingekommen, weil ja einfach auch irgendwelche KünstlerInnen sich gemeldet haben, um dann darauf aufzutreten. Und unter anderem dann auch dieser Wapper, der sich selber als Knoppers-MC damals noch bezeichnet hat. Der ist dann so ein bisschen halt beim Parkfest aufgetreten, das findet ihr auch noch auf dem YouTube-Kanal der anarchistischen Gruppe Dortmund, oder auf seinem eigenen Kanal Knoppers, beziehungsweise inzwischen Kompass-Web. Nun ja, diese Person hatte auch ein sehr basales Anarchismusverständnis, was eher in die Richtung von, ich will frei sein, frei wie der Wind, wenn er weht. Ich muss mal mit Xavier Naidoo zu sagen. Und, naja, Knoppers hat sich dann über die Zeit des Lockdowns so ganz langsam in die Richtung von einem Querdenker entwickelt. Und das war ganz spannend, weil wir ihn dann ganz lange auch nicht mehr gesehen haben, wo wir jetzt auch nicht irgendwie traurig drüber waren, dass er nicht mehr auf anarchistischen Sachen aufgetreten ist. Zufällig haben wir dann wieder auf seinem YouTube-Kanal entdeckt, dass er inzwischen ein Querdenker ist. Und das war für uns auch nochmal so ein Punkt, wo wir selber gesehen haben, wenn man da nicht diese Theorie-Arbeitsangebote schafft und auch die Leute stärker inhaltlich fördert und fordert, dann kann sowas ganz schnell passieren, dass dann so eine Person, die einfach nur sich irgendwie mit dem Label Anarchismus identifiziert, weil Freiheit und gegen den Staat sowas dann auch ganz schnell anschlussfähige Positionen sind für eine allgemein verschwörungstheoretische Position. Ja, und jetzt hat der Typ irgendwie vom Brandenburger Tor auf vor tausende von Leuten mit seiner völlig grauenhaften Musik, also ich würde wirklich sagen, er ist so mit der schlechtste Wapper, den es in Deutschland überhaupt gibt und geben kann, so in etwa unter den untersten Zähnen generell wahrscheinlich. Das ist einfach nur mega skurril und nervtötende Musik, aber ja, insofern kann man auch eine gewisse Erleichterung schon bei uns auch spüren, dass er dann doch sich nicht zu stark zum Anarchismus entwickelt hat, weil sonst hätten wir jetzt zwar einen weiteren anarchistischen Wapper, aber einen, den wir vielleicht gar nicht haben wollen. In diesem Sinne, danke Mama. Okay, dann starten wir jetzt mit euren Rückmeldungen zu der Folge. Ja, und die erste Rückmeldung kommt von Gucci Maeve. Moin, zum letzten Podcast, was Anarchismus nicht ist. Für mich persönlich waren die genannten Konzepte, wie der Libertarianism, die Punk-Crusty-Kultur und der Primitivismus bereits bekannt und meine Probleme mit jenen sind ähnlich definiert wie bei euch. Trotzdem gut, dass ihr das nochmal aufgearbeitet habt in einer Folge. Danke vorab. Meine nächste Frage wäre, inwiefern ihr auch in anderen Strömungen, zum Beispiel dem Anarchofeminismus, Kommunismus und Syndikalismus, Entwicklung wahrnehmt, die auf ein schwindendes Klassenbewusstsein hinweisen. Habe in letzter Zeit vermehrt in Foren und Plenars wahrgenommen, dass der identitätspolitische Diskurs wie aus den USA bekannt, vermehrt in unseren Strukturen zu finden ist. Also die Frage bezieht sich auf Praxis heute eher als Theoriegeschichte, obviously. Also ein Aufkommen liberaler Ansätze, Tendenzen in unseren Strukturen, die jenen, in Klammern Neoliberalismus, ja eigentlich ablehnen sollten. Das ist voll so, würde ich sagen. Also ich würde das total, deine Beobachtung total unterschreiben und finde es auch krass, wie das Einzug gehalten hat. Ich denke, vielleicht ist das auch, wenn ich das sage, ein bisschen durchaus kontroversere Sache, aber wenn man sich alleine jetzt über diese ganze Pronomen-Geschichte, wie die halt eingezogen ist in ein ganz normaler Teil von revolutionären Strukturen, dass man da eben immer seinen Pronomen vorher sagt oder in seinen Namen Pronomen drin macht und so weiter, das ist eben so eine Sache, die ist jetzt nicht falsch oder irgendwie schlimm oder irgendwie, also in dem Sinne an sich. Das Problem ist nur, dass es natürlich für Leute, die jetzt erstmal von außerhalb von Szene kommen, sehr eigenartig ist erstmal. Wenn du dann, das ist ja jetzt nur ein Bereich, dann kannst du ja jetzt 15, 20, 30 verschiedene Verhaltensweisen, Codes und Dinge aufzählen, die Einzug genommen haben. Das ist natürlich dann sehr abschreckend für Leute außerhalb von Szene und da ist die Wahrscheinlichkeit einfach sehr groß, dass wenn wir es dann durch eine gute Arbeit schaffen, Lohnabhängige außerhalb von Szene zu erreichen, sie so weit zu agitieren, dass sie dann auch in unsere Strukturen kommen, dass sie sich dann fragen, okay, wo bin ich denn jetzt hier plötzlich gelandet? Das ist echt teilweise sehr komisch. Das nehme ich sehr, sehr stark so wahr. Ja, also ich sehe das auch so wie du, wobei ich jetzt sagen würde, an sich ist ja so eine Pronomenrunde auch nichts mehr Besonderes. Es gibt das einfach viel häufiger, dass Leute beispielsweise in ihre Insta-Bio die Pronomen reinpacken oder in der Uni dann irgendwo in Zoom-Seminaren das dann noch damit reinhauen und so. Ich nehme es nicht so stark, weil das jetzt, glaube ich, mega abschreckend ist. Es gibt da ganz viele andere Szene-Codes, wie du gerade schon gesagt hast, wo es, glaube ich, nochmal deutlich krasser ist, dass das Leute abschreckt. Aber was ich auch neben diesem einfach das zu so einer Art Selbstzweck verkommen lassen als Außendarstellung auch sehr stark sehe, ist das Problem, dass Leute sich dann nur noch um diese Punkte drehen. Dass sie sich dann wirklich damit zufrieden geben, einfach innerhalb von ihren Strukturen diese ganzen, in Anführungszeichen, Verbesserungen dann durchzusetzen und dann versuchen irgendwie jetzt, dass möglichst inklusive und diskriminierungsfreie und mit möglichst gewaltfreier Kommunikation agierende Kollektiv sind und komplett halt die Außenarbeit schleifen lassen und auch gar kein Interesse mehr haben, neue Leute aufzunehmen, weil die ja, wie du gerade schon angesprochen hast, gerade die Lohnabhängigen, dann von außen reinkommen und nicht diesen Szene-Codes entsprechen und dann eigentlich das alles wieder aus dem Gleichgewicht bringen, was man sich ja so perfekt als Wohlfühlzone aufgebaut hat. Ich denke, das ist so ein dauerhaftes Spannungsfeld zwischen Wohlfühlzone und halt politischer Arbeit nach außen und da darf man wirklich nicht auf diese liberale Beschäftigung mit sich selbst reinfallen und das dann wirklich nur zu einer Wohlfühlblase verkommen lassen. Das Thema haben wir auch, denke ich, viel besprochen in unserem Podcast-Thema zu Liberalfeminismus. Da vielleicht nochmal reinhören, dass da so unsere Meinungen und Positionen zu sind. Da hatten wir mit Anna damals als Gast drüber geredet. Das war auch damals so gemeint, dass das auch an die eigenen Strukturen auch mitgerichtet war. Nicht nur in die allgemeine Mobilisierung und die allgemeine feministische Bewegung, sondern wir nehmen das durchaus so wahr, dass es auch innerhalb der anarchokommunistischen Bewegung und des Syndikalismus auch diese Problemfelder gibt. Die sind bei Weitem nicht so stark wie in anderen Teilen von der Szene oder so, aber sie sind auch da vorhanden und es ist unsere aller Aufgabe, die wir einen klassenkämpferischen Feminismus propagieren, die wir eben eine Massenpolitik machen wollen, darauf gemeinsam zu achten und immer da dran zu bleiben, dass solche Tendenzen nicht zu stark werden. Dann hatten wir noch eine Rückmeldung bekommen, die ich einfach nur kurz vorlesen will, die eher eine Art von Geschichte ist, die ich ganz witzig fand, die man einfach so für sich stehen lassen kann. Wegen den Anarchokapitalisten, Ich stand relativ lange mit einigen in Korrespondenz. Ich habe gedacht, die Menschen können nicht so blöd und moralisch verkommen sein. Dann habe ich mit denen gesprochen, deren Bücher gelesen und so weiter. Ich habe festgestellt, dass sie genau das sind. Blöd und moralisch verkommen. Ja, gefällt mir. Schön. So, und die letzte und sehr lange Rückmeldung kommt noch von Motois161. Moinsen, ich wollte euch einmal Feedback zur aktuellen Folge geben. Erstmal danke dafür und nochmal generell danke für eure Arbeit. Mir hat die Folge gut gefallen. Es ist wichtig, mit Vorurteilen falschen Begrifflichkeiten oder Verwirrungen aufzuräumen und klar zu sagen, was ist und was nicht. Gerade aktuell finde ich es fast erschreckend, wie Teile der radikalen Linken sich zum Beispiel gegenüber den Ereignissen in Berlin rund um die Riga 94 äußern, sich negativ über die AnarchistInnen dort, auch wenn es nicht alle sind, und deren Handlungen äußern, sich keine Mühe geben zu verstehen, was da eigentlich los ist und wo das alles herkommt. Wie ihr auch sagt, da wird so viel Quatsch und Mist über die Menschen, die so denken, geredet oder über die Organisation, nicht nur im Bezug auf Berlin, gerade überall dort, wo es neue oder wieder aktivere anarchistische Gruppen gibt, schlägt ihnen eine Ablehnung entgegen, aus der Gesellschaft sowieso, aber eben auch aus der Szene. Das finde ich geht gar nicht, deshalb gut, dass ihr das nochmal so betont habt, wofür die Bewegung mal stand. Ich meine, in der ersten Internationalen haben die AnarchistInnen die meisten Mitglieder gestellt. Bei dem letzten Teil in Bezug auf Anarcho-Nationalismus und so, hättet ihr von mir aus auch weniger reden können. Denke auch, dass solchen wirren Sachen so wenig Raum wie möglich gegeben werden sollte, aber es muss dann teilweise ja doch auch angesprochen werden. Was mir in letzter Zeit auch immer wieder begegnet ist, der Glaube einiger Kommis, ich nenne sie mal salopp so, dass Anarchismus und Klassenkampf nicht vereinbar seien. Ist natürlich Quatsch. Ich persönlich halte gerade die syndikalistischen Ideen besonders geeignet dafür, mehr auch als der autoritäre Mist von Hammer und Sichel. Ich glaube aber auch, dass anarchistische Menschen oder Gruppen viel mit Vorurteilen und so weiter zu kämpfen haben, wenn es um Umsetzung geht. Ich denke jetzt an Waldbesetzung zum Beispiel oder auch an Hausbesetzung und überhaupt überall dort, wo Leute mit eher anarchistischen Ideen versuchen, im Kleinen anders zu leben. Ich halte diese kleinen Utopien und Projekte für total wichtig, um theoretische Sachen auch mal auszuprobieren. Doch weil diese Projekte so schwierig umzusetzen sind, wirken sie von außen oft chaotisch, dreckig und so weiter. Oft hört man ja auch, das sei zu individualistisch. Das stimmt teilweise auch. Aber umgekehrt bieten diese Projekte ja auch die Basis, um politisch aktiv zu sein und um auch Leute zu mobilisieren. Hambacher Forst ist der beste Beispiel. Da würde mich eure Meinung auf jeden Fall zu interessieren. Eine kleine Ergänzung habe ich noch. Solche kleinen anarchistischen Projekte, seien es Hausprojekte, Kommunen, aber auch Besetzung sind für viele Menschen ja auch Schutz- und Rückzugsräume. Ich denke da an die Liebig34 unter anderem, deren Relevanz von Teilen der Linken meiner Meinung nach nicht ernst genug genommen wurde. So, das war's dann auch. Danke dir für auch deine Rückmeldung. Ich finde, da ist einiges Wahres dran. Ich verstehe auch, dass du sagst, dass wir durchaus hätten noch weniger reden können über Anarcho-Nationalismus. Haben wir halt so ein bisschen gemacht, weil das eben so ein Thema war, worüber wir noch nie geredet haben. Genauso wie zu Anarcho-Kapitalismus. Und dann haben wir das einmal abgehandelt. Wir werden da jetzt auch nicht mehr extra irgendwas drüber machen. Und das ist für uns jetzt auch beendet, das Thema. Aber wenn wir einmal bei dem Bereich sind, dann war das auch, denke ich, ganz gut, nochmal was zu sagen. Unsere Meinung zu diesem ganzen Beispiel, die du genannt hast mit Riga, mit Hambacher Forst und so weiter, ist ein bisschen zwiegespalten, aber dennoch natürlich ein sehr solidarisches Verhältnis. Auf der einen Seite sind das sehr, sehr wichtige Projekte des Kampfes. Sowohl Hambacher Forst als auch Riga sind ja eigentlich, und auch die anderen Waldbesetzungen, sind ja eigentlich so die letzten Freiräume oder Kampffelder, wo es so eine radikal-linke und speziell auch anarchistische Bewegung schafft, so ein bisschen auszubrechen aus einer kompletten Kontrolle des Staates. Das ist, denke ich, was echt Besonderes und hat etwas für sich, erfüllt dadurch auch einen wichtigen Zweck. Und speziell da, Hambacher Forst hat es ja auch geschafft, eine riesige Massenbewegung, eine der erfolgreichsten sozialen Bewegungen des letzten Jahrzehnts, um sich zu scharen und dort dann auch erfolgreich zu sein. Also da speziell fällt mir sehr wenig ein, was man da jetzt gegen sagen sollte. Aber andererseits werden genau auch in diesen Beispielen, du hast ja schon von dreckig, chaotisch und so weiter, das wirkt nicht nur von außen oft so, sondern das ist leider auch oft so. Es gibt ganz viele Beispiele, wo das nicht so ist, auch im Hambacher Forst, das ist ja ein riesiges Projekt, da gibt es halt manche Barrios, die sind, also Barrios sind immer diese Teile, wo die Holzhütten stehen, die in der Besetzung sind, die halt sehr ordentlich sind, die halt sehr gepflegt sind, wo alles in einem guten Zustand ist und so weiter. Und dann gehst du halt in das nächste und da sieht das halt aus wie irgendwie eine Favelia oder wie irgendwie ein Ghetto so. Barrio ist ja auch das spanische Wort für Favelia. Und das ist halt schon ein Problem, weil natürlich dadurch dieses Bild des chaotischen Anarchismus auch teilweise von Leuten, die sich ja noch selbst als Anarchisten bezeichnen oder es auch tatsächlich sind, dann auch weitergetragen wird, aktiv. Und für mich ist das auch keine Utopie, sag ich mal, im Müll zu leben so. Also das ist für mich kein erstrebenswerter Zustand, und das ist auch kein Erproben von Alternativen oder so, sondern wenn es alternative Lebensformen wir jetzt ausprobieren, was ganz essentiell ist, genauso wie du sagst, dann muss das auch auf einem gewissen Niveau passieren. Weil natürlich sind das generell jetzt keine anschlussfähigen Sachen für die lohnabhängige Klasse. Das muss sich immer bewusst sein. Sowohl so ein besetztes Haus als auch so eine Waldbesetzung beziehen hier jetzt nicht plötzlich tausende von ArbeiterInnen da irgendwie rein, sagen, ah ja, das ist hier irgendwie besser als mein Eigenheim oder so. Das wird ja nicht passieren. Dennoch ist es natürlich ein gutes Beispiel, aber dann muss es auch auf einem gewissen Niveau sein, und wir dürfen eben nicht der Illusion erliegen, dass das eine Alternative für die Masse der Menschen ist. Da braucht es ganz, ganz andere Ansätze und ganz andere Modelle als das. Ich denke, wir dürfen auch wirklich nicht in eine Bewertung davon verfallen, die einfach rein die Militanz sieht, die von diesen Strukturen ausgehen, sowohl die Kämpfe um den Hambacher Forst als auch um die Kämpfe in der Riga, und dann halt sehen, okay, das ist jetzt tatsächlich jetzt die Avantgarde, das ist die Speerspitze der sozialen Kämpfe in der BRD, einfach weil sie eben so radikal sind. Und das ist auch was, was ich häufig von Leuten mitbekommen habe, die das genau dann daran messen. Ich denke, auch im Fall der Riga sieht man ganz gut, was dann auch für Probleme dadurch entstehen können. Wie gesagt, es spricht nichts gegen militanten Protest und auch dieses direkte Beantworten von staatlicher Gewalt. Das ist auch was, was sicherlich sehr viele soziale Kämpfe in der BRD stärker gebrauchen könnten, wenn man auch mal in andere europäische Länder guckt, so im Vergleich dazu. Aber das Problem ist, wenn man sich nur darauf beschränkt und dann vor allem, was häufig auch daraus entsteht, diese einfach nur autonom agierenden kleinen Gruppen, die sich dann rein auf diesen militanten Protest fokussieren, dass dann komplett die Massenarbeit eben liegen gelassen wird. Ich meine, wir haben doch alle die Bilder gesehen von den Riga-Soli-Demos, wie die Zusammensetzung war. Wir haben alle gesehen, wie wenig die Nachbarschaft in diese ganzen Proteste mit involviert war, obwohl es gerade in Berlin eine der größten Mietdeckel und Enteignungskampagnen für bezahlbaren Wohnraum gibt und für sozialen Wohnungsbau. Und trotzdem scheinen mir diese Kämpfe einfach nicht stark verbunden. Nicht, dass es das überhaupt nicht gibt. Das soll das jetzt nicht so darstellen. Das ist ja auch falsch. Aber es könnte so viel mehr sein. Und ich denke, es liegt wirklich nicht daran, dass die Leute so militant sind, sondern dass sie da den reinen Fokus draufsetzen. Und ich finde, da sieht man dann auch wieder, wie es beim Hambacher Forst halt gut funktioniert hat. Weil die Leute immer eingerechnet haben, dass das Wichtigste ist, wir brauchen diese Verankerung in den Massen. Wir müssen mit den ganzen Leuten, die davon betroffen sind, zusammenkämpfen. Wir müssen auch mit den bürgerlichen Leuten, die einbeziehen. Wir dürfen nicht unsere Militanz dafür aufgeben, um uns irgendwie an die anzunähern und irgendwie so ein, dann vielleicht noch so einen reformistischen, parlamentarischen Greenpeace-Grüneweg einschlagen. Aber wir müssen aktiv auf die Massen zugehen und in unsere Projekte einladen und in unsere Kämpfe einspannen. Soweit dann von uns wieder. Wir hören uns am nächsten Sonntag zur kommenden Folge und freuen uns wie immer dann auch wieder über Rückmeldungen. Und ansonsten haben wir dann ja jetzt etwas mehr gefüllt, das Q&A immer durch unsere tolle neue Anekdoten-Kategorie. Vielen Dank nochmal dafür. Alles Gute euch, bis dahin und Glück auf. Glück auf. Tschüss.